ich habe mich gar nicht gespritzt wenn der potato hustet hört sich mal so an als ob einer schießt ich schreck immer auf mit gummigeschosse jetzt weißt du warum du die meiste zeit nicht trifft hättest du doch erschießen sollen am anfang kann ich lieber noch machen Oh, hier ist ne Schüppel. Wo ist denn die Hex jetzt? Oh, zwei Hexen. Zwillinge. Ja, zage mal. Oh, ihr habt keine Ausdauermeerle. Oh, oh, ne. Was ist denn da los? Man weiß es nicht, man weiß es nicht. Ja, das Spiel ist gnädig. Wenn wir schon so abkacken, dann kriegen wir wie es Eventpunkte. Ja. Die sind doch schon wieder beim Endgegner da. Ja, ich glaub auch. Wahrscheinlich direkt wieder da gespawnt. Aber, das haben wir gelernt vorhin, wo wir da gespawnt sind, das ist nicht immer gut. Nee, nee, gut ist der Endgegner sowieso nicht, meistens. Aber hier, der Punkt in dem Scheißbau ist auch kacke. Hunde. Hunde. Bin gleich beim Punkt. Ui, da ist aber ein bisschen was explodiert. Scheiß. Punkt hab ich. Okay. Und jetzt langsam in Richtung, wo geh ich halt. Also ganz gemütlich, würde ich sagen, oder? Ja, ist ja direkt um die Ecke hier. Da wird ja direkt geballert schon. Ein bisschen langsam. Lass zur Zeit. Guck dir die Landschaft an. Ja, ja. Genau, ne? Ein paar Eventpunkte mit. Ja, sicher. Okay, da war ich nicht. Ey, ich mache schon wieder zwei Messerstiche, diese Scheißhexe. Ja, äh. Wieder für Ere. Ja, der Dings. Hm. Ich muss mich erst mal regenerieren. Alter, wie lange bin ich denn vergiftet? Alter, wie lange bin ich denn? Also bei jedem Wasser sind Enten. Und auch genau sitzen Raben. Ja. Die doppelte Chance, ne? So verdammt ruhig. Ja, das ist sehr ruhig. Oh, das Handy hat doch schon alle weggeholt. Hm, ja, ja. Ja, ja. Alles voller Zombies hier, das ist doch... Abartig, ne? Doch, ne, ich hab schon 10 Stück jetzt oder so totgeschlagen hier oben. Zombies oder Raben? Schlimm ist das. Klingt auf jeden Fall noch weiß. Mhm. Oh, die waren doch da grad schon dran. Also würde ich sagen. Boah, das ist ein Zombie, ich hab mich schon erschrocken. Ach, hier unten sind... Ach, hier unten sind... Ach, unten Stachelmann auch noch, jawohl. Ja. Das Tor ist hier offen. Ja, da gewesen sein werden die schon. Ja, die haben nix gemacht hier. Boah. 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 neurotrounter計ellbar. das war nur mit dem schönen abschockt er denn er schon rechts geht irgendwas los hier ja da steckt irgendjemand glaube ich ich bin draußen ja ich hab ich bin gerade runter gesprungen der wir gleich alter immer noch ein fortfroden Dann kenn ich nicht. Alter, was sind da drüben los? Komm schon. Vorsicht, Fackeln. So. 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 Dann aktivier den gleich, sobald du kannst. Ja. Activated. Superb. Jo. Da oben seh ich einen. Fort Bolden. Brennt dann auf der Mauer rum. Mit dem Affenzahn. So. 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 Diese ganzen Zombie-Scheißviecher hier, ne? Ach, direkt wieder am Ausgang, ne? Alter Vater. Aber direkt. Mann, nimm die Munition und trampel hier nicht rum wie so ein Trampeltier. 300 ist der Ausgang. 310. Der ist ja ganz nah. Oh, scheiße, der geht's gar nicht. Oh, ich bin schon down, Alter. Der hat mich sofort gesehen, der Vogel. Der hat mich sofort gesehen und hat mich weggeholt. Ich glaube, ich sollte lieber Hallenheimer spielen, ehrlich. Was willst du spielen? Hallenheimer. Hallenheimer. Achso. Einfach nur Kacke, ehrlich. Irgendwo eine Reaktion, wenn ich die Schlaftablette gerade gehabt. Direkt da, wo ich liege, direkt da vor dem Haus, hat der gestanden. Ich hab den Schuss gehört. Ich hab den Schuss gehört, kam irgendwie so irgendwo nach vorne. Er hat sofort getroffen. Sofort gewusst, dass ich da oben bin. Passt rein. Ich hab den Schuss gehört. ich habe aufgenommen guck mich mal um ja direkt beim potato der der gammelt die leiche ab waschgeige ja hier unten jetzt auch keine lücke wurde durch ballern kannst ultra eben genau finde ich auch sofort ein headshot gegeben war der fenster aufgemacht oder naja der ist jetzt hier 195 rennt jetzt rum oh ach zwei stück einmal hier und einmal hier kommen abwarten damit rausgehen so tot sonst ja ja ich habe auf schrot umgestellt hoffe das ist bestimmt der wichser der mich auch geholt hat ich noch mal gucken ich habe zwei sekunden habe ich noch ja da ist auch 270 ja ich weiß es nicht ja mal ablenken soll ich mal hier würde ich die lücke was rausschmeißen richtung da oben an dem offenen fenster liege ich da sitzt jetzt oben drin jetzt macht das pang 70 vielen dank ist immer noch richtung 270 hier kommt jetzt jetzt habe ich die scheiß zielfernrohrkacke hier jetzt habe ich hier diese scheiß sniper kacke von dem der hat meine silencer bist du denn hergelaufen dass er dich irgendwie stört bei mir wird geschossen ich bin draußen wo ist der ausgang aber bei mir war gerade einer der mich beschießt mit meiner waffe wahrscheinlich mit der aufrichtung ausgangs anjub man wie an dem scheiß saun entlang mit der menschen potato ja so ein bisschen versetzt auf der linken seite mache es auch noch so ein dicken hier ich kotze wir sind noch zwölf kilometer weit weg ja ich bin jetzt am ausgang quasi ich habe einen gekriegt mit scheiß sniper mann ey silence ich liege natürlich ja ich weiß nicht wo der ist alter zum kotzen ey wo ist der penner ich bin auch down ich habe keine ahnung wo der ist kann ich weiß es nicht weiß ich nicht der sieht dich durchm mais alter der sieht dich durchm mais das ist doch ein witz geh raus sanjo geh einfach raus geh einfach raus das ist einfach lächerlich ist das einfach nur einfach nur lächerlich kann sein dass der oben im turm sitzt oder was ich weiß es nicht einfach nur lächerlich echt das ist der der mich schon mal weggeholt hat er weiß wahrscheinlich alles das stimmt nicht Jetzt bist du gleich auch weg, ich mach das, platsch, dann bist du weg. Das ist schon komisch. Jetzt bin ich gleich wieder tot, ich schwör, ich bin zum dritten mal tot. Da schießt er, pass auf, da schießt er schon. Ich weiß nicht von wo der schießt. Wo ist der? Das kann nicht sein. Wo ist der? Wo ist der? Das kann nicht sein. Da ist er, da war er. Sauber. Ich hab ihn, ich hab ihn. Nein, nein. So ein Wichser ey, ich hab den mitgenommen, ich hab ihn mitgenommen. Ja, du hast ihn gehabt. Das blöde Schwein ey. Fuck. Er wusste immer wo du bist, Alter. Und er hat dich immer getroffen. Er hat im Mais gestanden. Wie kann der dich dann sehen? Der kann ihn nicht sehen. So viel Sicht hat er auch nicht, wenn der da diese Trophäe hat. Da hast du fünf Sekunden. Fuck, du hast den so gut noch weggeholt ey. Aber wie schön er der Dynamitbindel geworfen hat, ne? Hammer, ne? Echt Hammer. Also ganz ehrlich. Der hat bestimmt auch gerade angefangen zu spielen. Jaja, der hat das Spiel gerade gekauft. Ja. Ich schwör. War ein Einzelspieler. Einzelspieler. Kann nicht sein. Ja, ja. MMR 3 angeblich. 10-Jäger auf Stufe 50, jo. War 109. buddies,immeraterer, weìn umismo Coburgathicump happier. 20, Jahrhunderts genuine. Untertitelung des ZDF, 2020